Heute wird Geschichte geschrieben, korrupte Verbrecher müssen festgenommen werden. Du wirst bezahlen von uns, keine Gewalt, wir leben in einer Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, keine Gewalt und sie werden bezahlt vom Steuerzahler. Wir holen uns heute unter Land zurück, wir holen uns heute unter Land zurück. Wir haben keine Gewalt, keine Gewalt, keine Gewalt, keine Gewalt, keine Gewalt, gehen wir mal da auf. Widerstand! 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 Widerstand Was ist das? Was ist das? Das ist ein Ausländerpark da drüben. Ihr habt keine Heimat, ihr seid Heimatkoos. Ihr seid der letzte Scheiß seid ihr. Verpisst euch. Das ist unser Haus. Das ist ein Ausländerpark. 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 Das ist ein Ausländerpark.